Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, das Jahr hat uns viele negative Nachrichten beschert. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, diesen Menschen Schutz, Hilfe und Unterstützung zu gewähren und nicht mit Ablehnung, Vorbehalten oder Misstrauen zu reagieren, wenn sie zu uns kommen. Mein Name ist Helmut Wendt, ich bin 66 Jahre, darf nicht mehr arbeiten, bin zu alt und deswegen habe ich gesagt, mach's weiter etwas für die Migranten, Deutschunterricht. So fing das an. So, hallo, guten Tag. Hallo. Angefangen hat es damit, dass ich seit Jahren quengel, dass es mir nicht passt, wie wir mit Flüchtlingen umgehen. Ja, und dann bin ich hier angetanzt und die waren total froh, dass überhaupt mal jemand kommt und hatten keine Ahnung, was wir hier sollen und wie das hier weitergeht. Dieser Stillstand ist tödlich. Da ist nichts weiter passiert. Auch, ich glaube, sie sehen langsam die Demütigung, die dahinter steht auch. Und dann bin ich zum Beispiel, die die Kürböse, um zu essen, um zu essen, um zu essen, um zu essen. Und dann habe ich, um zu arbeiten, um zu essen und um zu essen, um zu essen, um zu essen und um zu essen. Und dann habe ich, um zu essen.